4 4 4 5 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 6 20 5 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 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 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 14 15 18 16 15 15 15 15 15 20 20 und Geld, äh, und Gebäude, wie zum Beispiel einen kleinen Stall, damit wir Tiere züchten können. Und dann... nee, 100G! Also, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Äh, ja, gut. Und, äh, Introduction, wir müssen uns noch mit anderen Leuten bekannt machen und, äh, ja, Level 1 Farmer werden. Was macht man denn dann als nächstes? Ich denke, ich werde ein bisschen Geld ausgeben und ein Passiv kaufen. Kann ich denn dann schon... ...gehen, aber jetzt genau. Grafting. Nee, kann ich noch nicht. So, wie spät? Äh, ich glaube um 9 Uhr macht er erst auf. 9 Uhr. Ähm... So viel dazu. Wollen wir erst mal ums umschauen, ob wir nicht gleich noch irgendwas zu einsammeln. Diese Blume zum Beispiel. Oh, es hat mir eine gute Qualität. Eine gute Qualität. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Haben wir ihn schon kennengelernt? Shane! Der ist ja ziemlich... ja, freundlich. Okay. Und dann ist Alex. Alex Klein. Sehr gut durchtrainierte junge Mann. Hier ist der Joja macht. Aber ich wollte eigentlich nur hier vorbeischauen. mal ein bisschen gucken, ob ich hier vielleicht das einsammeln darf. So, vielleicht ist heute jemand in der Bücher rein. Mal schauen. Oh, das sieht nicht so aus. Kennen wir sie? Ja, das ist Penny. Natürlich. Penny aus dem Wohnwagen. Ich glaube, die haben auch schon gesprochen. Wind und... ...den Tiers kenn ich nicht. Ich kenne mich nicht mit den Gebräuchen aus. Ich kenne mich jetzt mit den Gebräuchen aus. Mit Suppen und... ...la... ...nennst du hier zu, was du willst? Kein Plan! Sind heute hier jemand drinne? Ja, Sam, er macht Besuch. Das ist das, oder? Nee, hab mir keinen. Ich hab mir gewonnen. Ah, und wer ist das? Jodi! Ah ja. Ich muss auf den Preis 8. Ich bin nicht in der Soja-Markt. Auch wenn es vielleicht nicht das gesündeste Essen ist. Gesündeste. 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 Ist gesünd... äh, gesund. Na, wen haben wir da? Ach, ja. Ja, äh. Ich kenne den Namen nicht mehr, aber... ...ja, nicht freundlich. Und das ist ein Super Fashion Girl-Wale-Fan. Uh. Das müssen wir auf jeden Fall lesen. Damit wir wissen, was ein Super Fashion Girl so ausmacht. Und wir wollen doch ein Super Fashion Girl werden. Unsere Bauern-Karriere in den Sand setzen. Naja, was heißt denn in den Sand setzen? Wir gehen unsere Bauern-Karriere auf. Oh. Geht mal ein. Äh. Naja. Ja, du hast richtig gehört, dass jemand so in die alte Farme reingezogen ist. Was? Mach Platz. Mach... Wie war die Name? Abigail. Abigail. Hier. Aha. Hier. Ah, ja, ja. Hier war ich ja schon mal. Das war ja diese komische Kirche von Satan. Und hier ist Caroline. Es ist ein sehr schönes Tag. Es ist ein schönes Tag. 1436... ...Esterbergs. Okay, was hat er... ... noch mal gekostet? 2000. So, was haben wir denn da? Äh. Ein paar Piefs könnte ich kaufen. Wir brauchen... wie lange? Vier Tage, um groß zu werden. Okay... Sugar... 2 Euro... Ah, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht! Was ist das? Nein! Bin ich tot. Egal. Ah, Scheiße. Ah, das ist nett. Ah, egal, ich verkaufe das hier. Gibt's vielleicht ein bisschen... Ah, ja. Habe. Ja, super. Wie viel noch? Noch 3 Leute. Wir haben 3 Personen noch nicht gefunden. Wo sind Würmer unterwegs? Nein, keine Würmer. Okay. Ähm... Jetzt machen wir mal das Zeug, dass ich nicht will. Piste verpacken. Vielleicht ein bisschen Geld nieder, wenn ich Glück habe. Ich würde mich schlagen. So. Gießen mal ein paar mehr. Als sonst. Äh... 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... 5... So! Und nun noch gießen. läuft doch schon viel besser mit der Maus so was mache ich jetzt? ich habe jetzt noch ein bisschen enger gegenüber kann ich ein bisschen eigentlich hier aufräumen ich will jetzt mal einen Schluck machen ich kann mich nochmal hier rund um den See aus meine Achse ist noch nicht stark und rund um den großen Baumstärme zu fällen den kann ich auch noch nicht fällen glaube ich jetzt kommt die Spitzsacke, die Steine weg gehen wir mal so ein bisschen systematischer ran so dass wir nicht immer die Begringung her die Deichslatt mal ein bisschen Spitzsacke machen wir so ziehen ab ja auch, wenn wir unsere Energie heute mal effizient nutzen und nicht in den ganzen Tag mit dem Regen trennen und äh Leute einquatschen die sowieso nix mit uns zufrieden haben wollen so ich denke mal dass man eine ganze Menge Holz braucht um so ein Tierbezucht zu bauen ich habe das noch ein bisschen länger die das geht auch so 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 ähm so auch müssen die Bode gleich noch da wenn ich kurz mal zeug abkühlen so zeug abkühlen ach das geht auch mit eh muss ich ständig klicken ich kann auf Suche ok aber mit klicken ist doch glaube ich nicht schöner Wer klickt denn nicht ab und zu mal gerne? Achso, da wollte sich ein Baum anpflanzen. Naja, ganz geliebt. Mal schauen, wir haben doch noch ein neues Rezept bekommen. Äh, da. Was wollen wir? Ein Akon, ein Pfeil, ein Message. Gefühlt jetzt nicht Energie. Das ist mir das ZZ-Kopf gefallen vor Erstaunen. Ja. Ja. Ja.